Hallo Leute, willkommen zu meinem neuen Let's Play Brick Force. Heute zockt mir meine Runde Afternoon. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Let's Play. Was baust du? Warte. Leute, es tut mir leid, ihr könnt diesmal leider nicht meinen Freund tun. Es tut mir so leid, aber bei das nächste Let's Play könnt ihr meinen Freund tun. Hören. Mitmauer oder ohne? Okay, ohne. Kacke, ich weiß nicht, was ich bauen soll. Ich weiß nicht, was ich brauchen soll. Ich weiß es nicht. Mit Back oder ohne Back? Mit oder ohne Back? Ich zeige meinen Zuschauern mal meinen Back. Man baut mal einen Radius von 5 mal 5 oder mehr. Nein, ich brauche es ganz kurz im Back. Für meine Zuschauer. Wie wird so? Ich glaube, 5 Blöcke nach oben. Alter. Ich weiß nicht, was ich in Chat schreibe. Alter. Ich weiß nicht, was du hast in Chat schreiben. Ich habe gehört, du baust sowas. Ja, zum Glück. Wenn du es jetzt gebaut hattest, hätte ich... Alter. Leute, ich muss ganz kurz mal auf meine absprechen, also ich, mein Kriegfoss ist gerade abgeschützt mit Fleisch. Hallo Leute, zauber ich mir in einer kurzen Unterbrechung. Jetzt treu ich mal ganz kurz mit dem Bautserver. So. Bullet 1. Bullet 1. Okay, ich mache uns noch mal ganz kurz Unterbrechung. Ich suche mir ganz schnell auf den Bauraum, da wo ich anbauen darf. Bis gleich. Okay. Hier sieht sie jetzt den ersten Troll. Ich stecke die drin fest. Okay. Gleichwertigkeit, dass er drunter fliegt. So. Gregg ist jetzt aktiviert, das müsste ja eigentlich jetzt runterfliegen. Idee. Alter. Jetzt sollte er runterfliegen. Das war jetzt der erste Troll. Jetzt kommen noch mehrere Trolls. Bis gleich. Warte. Hallo Leute. Ähm, der wollte, dass ich hier reingehe. Okay. Scheiße. 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 Jetzt werde ich getrollt. Hilfe. Kacke. Ich glaube nicht mehr bei... No. Okay. Jetzt kommt der nächste Troll. Bis gleich. Okay. Okay Leute. Er ist gerade abgelenkt. Jetzt werde ich mal seinen ganzen Server voll Schrott machen. Huuuuiiii. Mehr Schrott machen. Der bemerkt uns nicht. Das ist so schön. Wir machen alles von ihm Schrott. Wuuuiiii. Okay. Okay Leute. Schreibt bitte in den Kommentaren, dass ich mal seine Map trollen soll. Das wäre mir ganz lieb. Okay. Das war der nächste Troll. Okay. Okay. Ich zeige euch jetzt, wie man hier einen Bug baut. Also wenn manche ihn auch nicht können. Und dabei, wenn ich ihn in den Bug bring, troll ich ihn. So. Mach. Doch fliegen. Was machst du? Er macht da irgendwas. Komisch. Achso. Er will mir grad helfen. Will er mir grad helfen? Soll ich mal in den Chat schreiben. Wenn du mir helfen sollst. Wenn du mir helfen willst. Wenn du mir helfen willst. Fragen und dann helfe ich ihnen. Dann helfe ich ihnen. Also er sollte mir einen Chat schreiben, sonst kann er mir nicht helfen. Ja, kannst helfen. So. Also ich und der bauen jetzt den Bug. Der dauert ein bisschen. Geht aber auch schnell, wenn man den gut kennt. Wie ihr lesen könnt, er hat's erfunden. Und das stimmt sogar. Alter, wie machst du es mit diesen Kackleitern? Wie macht der es mit diesen Kackleitern? Schreib ich meinen Chat. Wie machst du es mit die Leitern? Schau auf. Hahaha. Ja, echt toll. Möchte auch mal hier rein. Wie springen. Einfach nur rumspringen? Okay. Alter. Der Kel. Okay. Nichts drücken, einfach nur springen. Ach so. Ach so, hin und her. So? Ah. So? Wie ihr sehen könnt, sind wir jetzt in den Bug. Alter. Er kann's nicht lassen. Man. Der macht nur eigentlich Schrott, was ich mach. Ach. Wir treffen uns beim nächsten Trolling. Bis. Entschuldigung. Ähm, hier. Schilling is on. Wie ich heute im Chat gelesen hab. Also, welcher ist heute? Heute ist der 2. April 2014. Okay, jetzt bis zum nächsten Trolling. Okay, wir wollen euch noch ganz... Ich will euch noch ganz schnell hier zeigen, wie es hier drin so aussieht. Man kann noch ein bisschen so hochfliegen. Dann bin ich jetzt hier durch. Schreibt in den Kommentaren, wenn ich Pepe mit Schilling skypen könnte. Hm. Wie jetzt? Das will ich nochmal lesen. Schreibt in den Kommentaren. Wenn... Schreibt... Schreibt in den Kommentaren, wenn ich und Pepe mit Schilling skypen könnten. Ja. Wenn wir das könnten, könnten wir auch ein Netzplay machen, wie wir mit Schilling skypen. Und jetzt muss ich ganz kurz ausprobieren. Ich will ganz kurz vor, schreibt in den kommenden Tagen, wenn ich... und Pepe... Wenn... Wenn... Schreibt in den Kommentaren, wenn ich und Pepe skypen könnten. Wie skypen könnten. Skypen? Warte! Wie skypen könnten. Wie skypen könnten. Also... Also... Wir... Wir... Beide... Alter, kann es nicht lassen. Der muss mich töten. Achso. So. Schreibt in den Kommentaren, dass ich und mein Freund zusammen skypen sollen. So. Und ich freue mich auf das nächste Mal. Hm. Warte. Komm... Mal... raus. Hör auf. Komm mal raus. Komm mal raus. Also... Ey, willst du mit mir Abschied machen? Okay. Okay, bleibt da stehen. Also... Bis... Alter. Okay, voll an deine Face. Also bis bald, euer Pepe und euer Boorgames. Bis zum nächsten Mal.